In ihrem Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood, plaudern die, Tokio Hotel, Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, beide 32 gerne über private Anekdoten aus ihrem Leben. Zuletzt berichtete Erstere über seinen feuchtfröhlichen Flug mit Topmodel-Mama Heidi Klum, 48, die Ehefrau seines Bruders Tom, Heidi Klum und Bill Kaulitz lassen es im Flugzeug krachen, dass Heidi und Bill sich gut verstehen, ist kein Geheimnis. Und scheinbar haben die beiden auch schon einiges miteinander erlebt, wie jetzt aus der witzigen und sehr intimen Story des Sängers hervorgeht, laut seinen Erzählungen leide die 48-jährige Vierfach-Mama unter Flugangst. Ärgerlich, vor allem wenn man wie Heidi aus beruflichen Gründen regelmäßig reisen muss. Doch ganz offensichtlich wisse sie sich zu helfen, indem sie sich über den Wolken den ein oder anderen Drink genehmigt. Plötzlich war der komplette Wodka-Vorrat aufgebraucht, nachdem Heidi und Bill das Bordpersonal bereits mehrfach um Nachschub gebeten hatten, war der Wodka-Vorrat plötzlich aufgebraucht. Der 32-Jährige wisse noch ganz genau, wie die wirklich zu uns meinten, Wodka? Da haben sie alles ausgetrunken leider. Daher seien sie einfach auf Spargel umgestiegen. Richtig gehört, Heidi bekam nämlich plötzlich Appetit, hatte dann richtig Hunger. Klumsches Reiseproviant, Wodka und Wurzelgemüse. Der 32-Jährige wisse noch ganz genau, wie die wirklich zu uns meinten, Wodka und Wurzelgemüse. Der 33-Jährige wisse noch ganz genau, wie die wirklich zu uns meinten, Wodka und Wodka und Wodka. Untertitelung des ZDF für funk, 2017